Wir verlieren zu schnell an Boden! Erhobert die Kontrollprobleme! Der aufständische Jedi Skywalker! Er ist in eurer Nähe! Feuert bei Sichtkontakt! Er ist in eurer Nähe! Die Rebellen besetzen einen Kontrollpunkt! Wir müssen sie stoppen! Wir haben nur noch einen Kontrollpunkt! Wir müssen sie in eurer Nähe! Wir müssen sie aufhören! Wir müssen sie aufhören! Er ist in eurer Nähe! Wir haben Oberfett zur Unterstützung rekrutiert! Wir übernehmen einen Kontrollpunkt! Wir müssen sie aufhören! Wir müssen sie aufhören! Wir müssen sie aufhören! Wir müssen sie aufhören! Wir verlieren gleich einen Kontrollpunkt an die Rebellen! Wir müssen sie aufhören! Wir müssen sie aufhören! Wir müssen sie aufhören! Wo kann unsere ATS-Tier-Unterschützung? Verstanden, ich greife an. Skywalker ist besiegen. Wir nehmen einen Kontrollpunkt in Besitz. Du hast eine Rakete im Nacken. Wir übernehmen einen Kontrollpunkt. Wir verlieren einen Kontrollpunkt. Die Rebellen kontrollieren das Schlachtfeld. Wir müssen sie zurückschlagen. Kontrollpunkt wird gesichert. Verzeih dich diesen Kontrollpunkt. Überlasst ihn nicht den Rebellen. ATSG einsatzbereit. Weibliche Einheiten in Reichweite. Die Rebellen übernehmen einen Kontrollpunkt. Greift sie an, wenn ihr so weit seid. Lord Vader ist eingetroffen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Die Rebellen besitzen den letzten Kontrollpunkt. Das dürfen wir nicht zulassen. Die Rebellen besitzen den Kontrollpunkt. 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 Ich bin hier! Wir sind hier, um zu gewinnen! Drei von Kajäger! Verstanden! Geht in Position! Wir müssen unsere Angriffe verstärken, sonst ist die Schlacht vorbei! Der Imperator ist eingetroffen! Sie haben uns zurückgedrängt. Wenn wir nicht bald zurückschlagen, ist die Schlacht verloren! Geht in Position! 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 Ja, ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020